Was geht ab? Mein Name ist Lenz, wir sind hier bei den Ackerlüt und ich habe heute eine Mod-Preview für euch. Und zwar ist es auch ein Sound-Preview. Ihr seht, wie ihr den Titel natürlich entnehmen konntet. Es geht um den Reifensound. Peter Aher, ich habe ihn schon öfter mal erwähnt, auch verantwortlich für die XML-Einträge meiner Sound-Updates, wie ich sie sonst immer gemacht habe und auch immer noch mache, hat ein Skript geschrieben, was sich direkt auf den Reifensound bezieht und wie das Ganze aussieht und wie das Ganze klingt, können wir gleich sehen. Ich zeige es euch einmal im Shop. Das Ganze ist ein globales Skript, das bedeutet, ihr könnt in jedem Fahrzeug diesen Reifensound reinkonfigurieren. Ob das jetzt ein Standardfahrzeug ist, die Auswahl Reifensound ist immer mit dabei. Seedcam, das ist das IFCO-Skript, aber Reifensound ist immer mit dabei. Ihr könnt es auswählen, kein Reifensound und dann die Lautstärke bestimmen von 40 bis 300% Lautstärke. In dem Fall jetzt bei dem 6M habe ich die Einstellung gewählt, wo haben wir es denn? Reifensound auf 200%. Es kommt immer darauf an, wie laut sind die Motorengeräusche, wie laut ist der Low-Sound und wie sehr möchte man das selber auch hören und vernehmen, wie sehr hört man das in der Kabine und wie sehr möchte man das als Außen-Kameraspieler gerne hören. Ich würde sagen, wir halten das wie eine Sound-Preview, wie ich das sonst auch mache. Ich steige in den Schlepper rein und ich fahre einmal hier um den Block. Ihr könnt ein bisschen lauschen, euch das anhören und euch davon ein Bild machen oder demzufolge ein Ohr. Viel Spaß dabei! Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020